Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Drip Report und heute sind wir mal wieder mit einem Flugzeug unterwegs. Heute fliegen wir mit Sundair vom Flughafen Berlin-Brandenburg nach Teneriffa, genau genommen Teneriffa Süd. Und die ungefähre Flugroute könnt ihr hier auch auf der Karte schon erkennen. Da wir gegen 8.30 Uhr starten sollten, ging es schon sehr früh am Morgen zum Flughafen. Kurz nach 5 waren wir schon im Bus in Richtung Flughafen, da man etwa 3 Stunden vor Abflug da sein sollte. Was sich dann allerdings als unnötig herausgestellt hat, denn der Check-In-Schalter hat nur 2 Stunden vor Abflug geöffnet. Das heißt, wir standen dann eine Stunde am Schalter und haben gewartet in einer längeren Warteschlange, da natürlich alle anderen auch möglichst früh da sein wollten. Es gibt leider keine Automaten hier und bei Sundair ist auch kein Web-Check-In möglich. Das heißt, es geht nur am Schalter und das heißt, man musste eben warten. Security ging dann aber ganz schnell. Und nach einem erstaunlich langen Laufweg zu unserem Bus-Gate ging es dann mit dem Bus zu unserem Flugzeug und an Bord. Wir fliegen heute mit der Maschine mit der Erkennung DASMR und diese Maschine wurde im Jahr 2005 an Air Berlin ausgeliefert, ist somit 17 Jahre alt. War dann 2012 zwischenzeitlich bei OLT Express, dann wieder zurück bei Air Berlin und von 2016 bis 2017 dann bei Small Planet Airlines Germany und seit 2018 ist sie dann bei Sundair. Für uns ging es dann erstmal zum Enteisen, denn die Maschine stand über Nacht am Flughafen. Das war auch der Grund, warum wir eben eine Außenposition hatten und nicht direkt an einer Fluggastbrücke standen. Und nach der Enteisung ging es dann zur Startbahn Nord, also der Startbahn des ehemaligen Flughafens Berlin-Schönefeld. Und dort sind wir dann im schönen Morgenlicht gestartet und den Start hören wir uns jetzt natürlich mit Original-Sound an. Unsere Flugzeit heute waren knapp. 5 Stunden und wie ihr schon gesehen habt, handelt es sich bei dieser Maschine um einen regulären Airbus A320, den man also auch eher auf Kurz- und Mittelstreckenflügen so vorfindet. Das Ganze 5 Stunden lang ist natürlich nicht so komfortabel. Die Maschine ist also ganz durchschnittlich ausgestattet mit einem eher engeren Sitzabstand, aber man muss auch dazu sagen, ihr habt es eben gesehen, dass es recht eng war. Ich bin auch 1,95 groß, also selbst ich hatte noch Platz, aber es war eben eng. Wir saßen auch relativ weit hinten im Flugzeug, wo die Sitzreihen ja in der Regel auch in dieser Maschine immer etwas enger sind. Auf Dauer bei 5 Stunden wird es dann doch irgendwann etwas unbequem und vor allen Dingen muss man auch selbst auf jeden Fall für Ablenkung sorgen, denn es gibt kein Board-Entertainment, so wie das früher mal noch auf Flügen Richtung Kanaren der Fall war, wo noch Spielfilme liefen oder ähnliches. Das gibt es nicht, also unbedingt selber etwas mitbringen. Das gleiche gilt für Getränke und Speisen an Bord. Im Flugpreis ist bei Sundair noch nichts inklusive, das heißt die Getränke und Speisen muss man dann an Bord erwerben. Ihr habt hier kurz auf die Karte gesehen, die Preise sind sehr günstig für Flugverhältnisse, also eine kleine Flasche Wein zum Beispiel 6 Euro, eine Flasche Wasser 3 Euro, ein warmes Gericht 7 Euro. Also das sind wirklich sehr humane Preise, zumindest auf Flugzeuge bezogen und auch der BER ist nicht gerade günstig. Also da kann es durchaus passieren, dass es im Flugzeug günstiger ist, die Flasche Wasser zu kaufen, als sie draußen im Duty-Free-Shop zu kaufen. Da lohnt sich also auf jeden Fall mal der Preisvergleich. Ich hatte mich dann dafür entschieden, ein Buch zu lesen und habe dann so mit einem kleinen Gläschen Wein und einem Butenbuch den Blick auf die Alpen und die Pyrenäen genossen, bevor wir dann über Spanien geflogen sind und dann ging es langsam auch schon aufs Meer hinaus. Ungefähr die letzten zwei Stunden des fünfstundigen Fluges eben dann über Wasser. Hier sehen wir auf einmal das Routennetz von Sundair. Sundair, eine Fluggesellschaft, die 2016 gegründet wurde mit Sitz in Stralsund, daher auch der Name Sundair. Und das Schöne an Sundair ist, dass sie auch ein paar kleinere Flughäfen bedienen. Die fliegen also nicht nur vom BER, sondern auch von regionaleren Flughäfen wie Bremen, Dresden, Erfurt und Leipzig und auch von kleinen Flughäfen wie Kassel, Kalden oder auch Lübeck zum Beispiel. Das heißt, sie binden auch Regionen an, die eben nicht so viel Flugverkehr haben und fliegen von kleineren Flughäfen, die eben vielleicht doch ein bisschen angenehmer sind als der große BER mit vielen Laufwegen, vielen Menschen, längeren Wartezeiten. Das ist auf den kleinen Flughäfen einfach immer ein bisschen entspannter. Und da ist für viele Sundair dann eine attraktive Airline, die eben hauptsächlich Charterflüge in Urlaubsdestinationen durchführen. Auch unser Flug war ein Vollcharter. Was wir jetzt auf den Kanaren machen werden, das erfahrt ihr dann erst in späteren Videos. Hier soll es erstmal nur um den Flug gehen. Wir haben hier jetzt schon Teneriffa erreicht, denn hier im Hintergrund sehen wir schon den Teide und hier geht es dann durch die Wolken durch. Und dann kommt auch der Rest von Teneriffa in Sicht. Teide, ja der höchste Berg der Kanaren, der guckt häufig aus den Wolken oben raus. Wir hatten hier jetzt eine relativ dünne Wolkenschicht, war gutes Wetter, sodass wir jetzt hier schon den ersten Blick auf Teneriffa erhaschen können. Und hier waren wir dann auch endgültig raus aus den Wolken. Und jetzt für den Rest des Fluges bis zur Landung haben wir dann einen schönen Blick auf die Kanareninsel. Abflug war eben gegen 8.30 Uhr. Das heißt, wir sind in der Mittagszeit gelandet und da fast alle Flüge, die auf die Kanaren gehen, morgens an ihren Ausgangspunkten starten und mittags landen ist. Das ist auch die Rushhour hier am Flughafen, da ist richtig viel los. Trotzdem und auch trotz des Enteisens sind wir sogar ein bisschen vor der geplanten Zeit hier auf Teneriffa gelandet. Und hier schauen wir uns jetzt erstmal die Landung an. Teneriffa gelandet Ja, und mit dieser sanften Landung haben wir dann Teneriffa erreicht. Ihr seht hier schon ordentlich Flugverkehr, viel los. Wie gesagt, das ist eben die Rushhour. Aber trotzdem hat das alles gut funktioniert. Auch das Warten auf das Gepäck hat nicht lange gedauert, da der Flughafen hier eben durchaus darauf eingestellt ist. Was aber nicht heißt, dass es ein Flughafen ist, der platzmäßig auf die Menschenmengen eingestellt ist. Vom Ablauf her funktioniert es gut, aber man muss sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass es ziemlich voll werden kann hier am Flughafen von Teneriffa. Vor allen Dingen eben in die Mittagszeit. Das war es erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt. Wenn man das nächste Video kommt, wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich sehr über Likes, Kommentare, Abos oder auf einen geteilten Links erfreuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.